Ist das nun der Bruder oder ihr Freund? Äh, Noras84? Ich finde tatsächlich beides. Moin Moin und rein da. So, wir machen einen Gamecheck. Habt ihr Bock oder habt chat oder was? Habt ihr Bock? Games kommen so geil. Kurzer Anfall. Wieder vorbei. Ganz kurz mal laut sein, wer für mich da ist. Yeah! Das ist jetzt ein Ding zwischen mir und Karl. Ein Mann geht in die Stadt. Es kommen ihm zwei Frauen und eine Katze entgegen. Zwei Beine. Zwei Beine laufen in die Stadt. Wie viele Monate haben 30 Tage? Bis auf den Februar alle. Also elf Monate haben 30 Tage. So, nimm diese *** hier. Nimm das alles weg. Geh. Geht weg. Hallo. It's me. Alle mal Schlachtruf! Zabex! Zabex! Wie im Stadion! Drei, zwei, eins! Zabex! 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 Oh! Hör auf! Hör auf! Noch einmal! Du hast in meinen Nacken gegriffen! Noch einmal! Du hast in meinen Nacken gegriffen! Wow! Ohne Stadion! Sorry! Er hat mir an meinen Nacken wehgetan! Ich kenn viele Mods aus ihrem Chat. Ich bin mit dem... Ich bin noch nicht so alt. Du bist alt. Ich bin live. Ist das okay, wenn du zu sehen willst? Target. Okay, ähm, wie heißt du? Niklas. Niklas, okay, hi. Bist du ein Gamer? Oh, oh! Ich hab meinen Chat hier nie geschmissen! Ich hab meinen Chat hier nie geschmissen! Ja. Mach das nicht, Chat! Mach sowas niemals! Ich glaube, ich hab meinen Ellenbogen gebrochen! Kannst du meinen kleinen Bruder Janis nachrufen? Janis? Äh, mit einem N. Janis. Janis? Ja. Was soll ich ihm sagen? Kein Ahnung, was ist das? Nein, nein. Nein, der ist C. Okay. High Five! Mach High Five! Ich bin nicht! Was? Ich kann mich halt bitte machen. Wer bin ich? Satter Hugo, ne? Satter Hugo! Bist du Macherfuck! Er macht bessere Eier als ich. Keine Ahnung wieso. Aber er ist besser. Ja. Guten Morgen! Ja. Ja. Ah nein, ich bin so schlecht! Ja! Zum! Bruder, das Spiel sieht sehr interessant aus. Guck mal! Hey, das ist Edis einfach! Das ist der größte Hu**o im Chat! Erinnert ihr euch bei League of Leach? Dieser P**ch! Das ist die größte F*****e in League of Leach! Das ist der Nervige! Der schießt immer von weit, dieser P**ch! Du Hu**o! Geil, oder? Das ist... Oh! Oha! Da kann man auch was draus basteln. Selbst wenn man Nitro ist. Warte mal, warte mal! Ich zeig dir! Das kommt nach der Messerie weg, oder? Ja, das muss ich mal... Das Desinfizieren reicht nicht mehr. Nein! No way! Wie gut! Ja! Und wie schwer ist das jetzt für dich? Null! Warum willst du das machen? Mein Vater wird seit 20 Jahren jedes Mal Mercedes. Und er wird sich sehr, sehr, sehr darüber freuen. Dann ist dein Vater reich genug, um dir das Modell zu kaufen. Hi! Servus, kennst du dich noch? Ja, na klar, hi! Grüß dich! Na, hallo! Ich bin gerade in Challenge-Zeit. Oh, was machst du? Äh, hier, äh, mich von dir abwenden. Tschüss! Geil! Und jetzt kurz den Schuh hier einklemmen? Ah! Scheiße! 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 Arsch! Hallo, hallo! Oh nein! Nein! Äh, der ist... Also der ist... Ich bin nicht Raucher, aber der ist gut. Helfer-Sink. Ja, ja, das ist der grenzend. Da ist auch shit. Ja, das ist der blut. Oh, shit! Ich mache richtig, dass Kevin sieht. Ja, ja, zeig mal zur Kamera. Passen wir zusammen. Sie bekommen die alten Pläne aus dem... Kennen Sie ja schon. Damit Sie alles historisch schnurken. Dann dieser Ausweisung des Vertrages. Das tut mir rein, Bro. Digga. Digga Rumatra, wir sind Montag verabredet. Wir wollen gefühlt drei Tage durchzocken. Drei Jahre haben wir drauf gewartet. Reapers und Jeetan sind auch dabei. Und anstatt, dass du da richtig fit reingehst und das ernst nimmst, zockst du drei Tage lang am Stück World of Warcraft oder irgend so eine Scheiße mit Kevin. Was ist denn das für ein Cut? Brat, Paprika, Brat, Kartoffeln, Heatschipfanne. So ist aber auch Schacht da auszuspicken. Alter Rumatra. Digga, ich brauch Trink. Ey, ich bin so sauer gerade. Ich bin so sauer gerade. Was machst du denn, Digga? Was sagst du denn? Geh doch oft, bevor sie dich komplett einsch... Wer mit dem Magen zu schlimm ist, sagt Bescheid. Da kam mein Löwe. Mein Bär, mein Löwe. Mein Löwe, mein Bär, Danny. Der auch noch, der f*** ab. F*** seine Mutter. F*** seine Mutter! Bro, das darf doch einfach nicht wahr! Was trifft mich da alles wieder in der Luft, Bro? Warum stirbt da immer keiner? Was soll... Ich hatte 1 AP. Warte, komm. Wir können das. Wir sind gute Gamer. Wir sind gute Gamer. Die werden bei dir kommen? Leg rot hin, leg rot hin, leg rot hin. Ja, bitte, bitte Luna, bitte. Das ist ein Digger. Oh Gott, Gott! Ich hab's nicht... Wo ist der Trap? Jod, jod, jod! Aufbucht. Aufbucht. Oh Gott!